Kannst du mich coachen? Ausruhrzeichen Coaching eingeben und dann weißt du, wie ich dich coachen kann. Kannst du mich bumsen? Ausruhrzeichen bumsen oder wie? Ey, der war jetzt actually nicht bad. Also wenn du möchtest, nehme ich mir die Zeit und bumste dich. Da gönne ich auch mal. Welchen Chatwerk kann man gut OTPen? Ich würde das niemand so fragen. Ja, also das ist, du suchst dir nicht dein OTP aus, denn OTP sucht sich dich aus. Du musst auserwählt werden, ein OTP sein zu dürfen und nicht Hardforcen. Cool. Jetzt pickt er Galio, weil er mir helfen wollte, dass ich müde ganken kann. Aber ich will müde gar nicht ganken. So, I don't know. Jetzt wieder dodged. Irgendeiner dodged wieder. Ich sehe es kaum irgendeinen. Oh cool, ich habe einen Gain. Ich habe das Gefühl, alle zwingen mir irgendwie denen zu helfen. Du nodde. Aktivieren wir mal die Pflanzen einfach nur, um denen eine falsche Fährte zu geben. Äh, äh, Bro? Bro? Warum sollten wir das tun? Irgendwie mag ich mein Team gerade gar nicht. Also es ist eigentlich nur Botlane zu be on. Das ist geil, das war eben ein bisschen random von ihm. But that's fine. Bei Trinern läuft er aber immerhin. Das ist mir sehr wichtig in diesem Game. Oh, das ist ein Anime-TP. Die Buller verfehlt. Scheiße. Ey, yo, guys. Ich wusste, ey, Leute, ich wusste, dass da wird irgendwas nicht klappen. I don't know, man. Ich lasse mich dazu auch irgendwie jetzt gerade mitreißen. Das war meine Schuld. Ich hätte einfach direkt weggehen sollen. Es ist so schwer gerade Sachen in diesem Game hier zu finden. Denn einerseits ist es schwer für mich Dinge zum Zubringen. Den, ähm, den Ezreal. Weil da noch ein... Also generell, einmal weil es Ezreal ist. Und auch nochmal, weil da ein Thresh mit dabei ist. Zwölf Sekunden später. Okay, ich nehme es zurück. Surprise, motherfucker. Actually? Ne, 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 den brauche ich nicht. Hallo? Sag mal, könnt ihr mal aufhören zu sterben? Bitte? Was, woher ist sie gestorben? What the fuck? Oh my god. Oh my god. Das ist insane. Leute, wir wussten doch schon, dass Thresh und Ezreal hier in der Nähe sind. Warum denkt sich Lulu, ey, lasst mal hier direkt diese Ward clearen? Warum sollte man direkt diese Ward hier clearen, wenn man weiß, dass zwei gefiedelte Gegner direkt hier sind? I don't know, man. Weil man greedet, ey, die Ludo hat schon achtmal ge-greedet. Die Ash hat schon zehnmal ge-greedet. Jetzt greede ich, Leute. Nein, 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 that's fine, that's fine. Ne, war das, war teurer, ne? Machen die den? Oh, die machen den, scheiße. Okay. Ich hab sie wenigstens noch mitgenommen. Ey, das ist doch, wieso haben wir noch so viele Ultis ready? Oh, stopp die Recalls, stopp die Recalls, stopp die Recalls. Okay, stopp it, stopp it, stopp it, stopp it, stopp it, oh, okay, der meint doch nicht. Okay, nice. Nee, die ist zu strong mit der Soul. Das haben wir wohl, äh, ein bisschen zu schnell gespielt. Oh, Ash ist tot. Ja, wir sind alle tot. Weil Ash sich hat schon wieder catchen lassen. Oh, sie hat sich einfach schon wieder catchen lassen. Ey, ich, ich verstehe das echt nicht. Das ist ja nicht, Leute, das ist kein normales Bad. Das ist Astro-Bad. Jetzt ist GG. Holy shit. Holy shit. Die sind 6,24 in dem Game. Die sind 6,24 auf der Bot-Lane. Oh, geil, ey. Rengar gegen Avalanche Mevelin. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ich hoffe, die Gegner dodge nicht. Das Game sollte Free-Do sein. Alter, bist du bad. Alter, bist du bad. Alter, bist du bad. Krass. Leute, jeder andere Nautilus-Hook, ich schwör's euch, hat eine Hitbox wie China. Was, China ist Russland? War es China oder Russland? Der wäre jetzt bestimmt safe geworden. Oh, sie kriegt den. Oh, scheiße, ich hab gente. Oh, scheiße, ich hab gente. Oh, scheiße, ich hab gente. Oh, warum smite ich, ich Idiot? Weil ich gesmited hab, hat Avalanche zurückgesmited. Ich hätte einfach den Rap-Off beenden sollen. Okay, Leute, wir flippen jetzt nochmal. Ich mein, das Game ist schon geflippt. Jetzt flippe ich komplett den Burger. Da, 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 da. Da, 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 da. Und meine Bot holt auf den Killer. Let's go! Und ja, Leute, das war der Arschfix-Song. Ekko, Schmekko. Ekko, Schmekko. Ekko, Schmekko. Okay. Es war wichtig, dass wir den Tower erstmal ganz schnell finishen. Also dafür, dass das Game so kacke angefangen hat, sind wir gerade echt ganz gut dabei, ne? Mois. Ha? Ich hab die Vision verloren. Oh mein Gott, ich hab die Vision verloren. Boom, Digga. Boom. Scheiße. Oh, Leute. Oh, Leute. He, he. Wah, ha. Da hab ich euch nicht gesagt, dass dieses Game free Elo ist. Oh. Oh. Die Neues. Fucking easy game, man, Leute. Digga. Easy game. Easy peasy lemon squeezy. Ich ehre den Olaf. Ehre dem, dem, ehre, eh, bürt. Lol. Der Jinlack ist Streamsnipe. Warte mal. Krass, Leute. Stell dir vor, dein Name ist Always Calm. Ist bestimmt, äh, äh. Okay. Kein Eagle OTP. Versuch's mich zu Streamsnipen. Ui. Ui. Und krieg's aus's Maulen. Ey, Streamsniper. The safe man. Er gibt euch drei Kills am Anfang, weil er geistig behinderter Schmutz ist. Und gönnt sich trotzdem. I don't need nobody. Sai script. stimulants. дос我的時 krass. Erich Mouse. 우 Ui. Und then. And then. Das schariali. Dae. Dae. Bis zum nächsten Mal. Und dann. Beide ich dann. Whatand den家 coordinates?